Es war, wie gesagt, ein sehr aufregender, sehr emotionaler Morgen schon, ein ganz emotionaler Tag. Herr Stöckel, wie haben Sie Richard Lugner immer erlebt? Und was sagen Sie dazu? Hätten Sie damit gerechnet, dass heute tatsächlich die Todesmeldung kommt? Also ich habe ja Richard Lugner immer für eine Legende gehalten, ähnlich wie bei Karl Lagerfeld. Ein Mensch, der eigentlich gar nicht sterben kann, weil er ist unsterblich. Denn er war ja, ich vergleiche das immer so gerne mit Mooshammer in München, er war eine Ikone der Stadt und auch weit über Wiens Grenzen hinaus. Und immer, wenn wir uns begegnet sind, war das sehr lustig und ich kannte ja, war sehr gut befreundet, auch immer mit Edith Leirer, die ihn sehr gut kannte. Und dadurch bin ich ihm immer auf vielen möglichen Momenten begegnet, auch bei seinem Geburtstag und habe ihn immer als einen lebensbejahenden Menschen kennengelernt, der eine besondere Freude hatte am Leben. Das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Er war irgendwie auch nahbar, oder? Wie haben Sie das erlebt? Vielleicht auch gerade den Umgang mit der Presse, weil irgendwie die hat er geliebt, oder? Also er wollte ja sein Privatleben absolut präsentieren mit allen Schattenseiten, die das vielleicht so mit sich bringt, oder? Man muss sagen, heute hat ja der Spiegel berichtet, er war Bauunternehmer, Reality-Star und Bundespräsidentschaftskandidat. Also im Grunde genommen wollte ja Richard Lugner alles sein, alles. Er wollte Reality machen, er wollte aber großer Unternehmer auch sein und er wollte eigentlich auch Bundespräsident werden. Und man muss dazu sagen, dass ich habe ihn immer eher so stofflich wahrgenommen. Also ich glaube, er wollte alles, aber wenn dann alles da war, fand er es irgendwie auch anstrengend. Und wenn denn die Leute nicht so funktioniert haben, wie sie wollten, inklusive seiner vielen Diven, die er zum Opernball hat eingeladen, war das auch alles immer anstrengend. Und ich muss eine persönliche Anekdote erzählen. Wir sind uns ungefähr, ich würde sagen, 125.000 Mal vorgestellt worden von allen möglichen Leuten. Von Alphonse Leider, von Edith Leirer, von Jacqueline Lugner, von Mausi Lugner und, 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 und. Und ich glaube, bis zum Schluss hat er nicht gewusst, wer ich eigentlich bin. Aber er hat natürlich eins registriert. Er wusste, dass ich in Deutschland berühmt bin. Und das zählt, das zählt. Er war berühmt, er war schillernd, er war lustig und deswegen sollte er überall auch dabei sein. Aber ich glaube, bis zum Ende wusste er gar nicht, wie ich wirklich überhaupt heiße. Und ich meine, das allein ist schon so witzig. Und ich habe wirklich ihn, auch wenn wir uns jetzt nicht super nah waren und jeden Tag uns Liebeswort selbst geschrieben haben oder sonst was, habe ich ihn wahnsinnig gemocht und geschätzt. Und ich kann mir auch ehrlicherweise einen Wien- und einen Opernball ohne Lugner nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll. Es ist dann einfach nur noch ein High Society Event. Weil die deutsche Presse hat ja, glaube ich, bis zum Schluss inklusive aller deutschen Stars ja sowieso geglaubt, dass Lugner die Oper und der Opernball gehörte. Definitiv und irgendwie auch verständlich, oder? Da geht er schon seit über 30 Jahren, dass er die Topstars bringt. Wer hätte gedacht, dass Priscilla Presley dann tatsächlich die Letzte an der Reihe ist auch, wo er wieder brilliert. Ja, ein ganz, ganz großer Name. Was finden Sie, könnte man sich denn mitnehmen aus einem Leben von Richard Lugner, was man selbst vielleicht ein bisschen ummünzt? Wo man sagt, ja, weil ich finde zum Beispiel, ihm war es ja dann wurscht, er hat sein Ding durchgezogen. Das, finde ich, ist so eine tolle Stärke gewesen. Er hat gewusst, vielleicht redet man blöd, er war ja mit allen Sachen in der Öffentlichkeit. Aber irgendwie, er ist dazu gestanden. Das, finde ich, ist so eine coole Sache bei ihm gewesen. Was sagen Sie, Herr Stöckl, was würden Sie sich mitnehmen? Also ich glaube, etwas, was noch viel wichtiger ist als das, was Sie gesagt haben, was auf jeden Fall auch zutrifft, was viel wichtiger ist, ist ja, wenn man jung ist, und wir sind ja nun alle etwas jünger als er, hat man ja an sich Lebensfreude. Aber im Alter, ab 80, 90 ist es ja eigentlich viel schwieriger, Lebensfreude noch zu haben. Viele ältere Menschen sind geprächtlich, haben keine Lust mehr zu leben, haben es anstrengend und, und, und. Und in dem Alter, in dem Richard war, immer noch jeden Tag Lebenslaune zu haben, Lust zu haben auf Neues, auf Social Media, auf seine Lugner City und diese ganzen Dinge, die er ja auch über Social Media Kanäle promotet hat, ist das eigentlich das Besondere, was wir von ihm lernen können. Nämlich bis ins hohe Alter Lust zu haben auf Neues, Lust zu haben auf Menschen, Lust zu haben auf Partys, auf Social Media und auch auf vielleicht Sachen, die er gar nicht kannte. Vielleicht hat er auch Social Media gar nicht verstanden, aber es ist egal, er hat es gemacht. Und das, finde ich, ist etwas Besonderes, weil als junger Mensch guter Laune zu sein, ist keine Kunst. Aber im Alter zu sein, ist es noch viel mehr. Und vielleicht auch Lust auf die Liebe, oder, Herr Stöckl, weil im Endeffekt, er wurde oft belächelt. Ja, und man hat ihn teilweise nicht mehr ernst genommen, oder, mit seinen Tierchen. Er hat immer gesagt, nein, ich möchte noch mal mich verlieben, egal wie alt er war, ja. Und jetzt hat er noch mal geheiratet und alle haben gesagt, warum heiratest du mit 91? Aber er wollte einfach, oder? Ist das nicht auch irgendwie schön, was einen Jungen hält, dass man sagt, er ist doch unabhängig vom Alter, oder? Man kann sich immer wieder neu verlieben, nur weil es nicht geklappt hat, ein paar Mal davor, no? Also, er war auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Provokateur. Und das ist ja etwas, was die High Society ja dringend braucht, heute ja noch viel weniger, wo ja so viele Leute anders sein wollen. Und ich meine, wenn ich das sagen darf an der Stelle, ich glaube, Richard Lugner und ich haben eins gemeinsam, wir wollen provozieren, wir wollen aber auch quasi, wir wollen auch gerne andere Leute aufwühlen, so ein bisschen. Und ich meine, wissen Sie, viele Leute haben dann wahrscheinlich gesagt, mit 91 ist ja furchtbar. Und allein, dass sich die anderen alle mussten mokieren darüber und sich aufregen und quasi das Spießertum fast aus dem Fenster fliegt, ist das wahrscheinlich, was ihm am Ende viel Spaß bereitet hat. Und das ist auch etwas, was ich mit ihm geteilt habe und auch teile, was mir unglaublich Spaß macht, wenn die anderen sich denken, also wie kann man nur? Dann wird es ja erst richtig lustig. Und das hat er ja in Perfektion beherrscht. Und deswegen ist es so, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit Mooshammer in München. Mooshammer war Dreh- und Angelpunkt der Münchner High Society. Lugner war die Wiener High Society. Ich werde mein Leben nicht vergessen, vor ungefähr 15 Jahren war ich das erste Mal in Wien und habe dann erst mal Lugner kennenlernen. Ich habe gedacht, na, Lugner gehört die Stadt. Lugner ist Bürgermeister, Bundespräsident, Bundeskanzler von Österreich. Alles gleichzeitig, weil er viel berühmter ist als mancher Politiker in Wien, der wahrscheinlich sich auch rühmt, eine große Persönlichkeit zu sein, aber es niemals wird, weil einfach der Bekanntheitsgrad so gering ist. Also ich glaube, vielleicht ist er sogar berühmter als unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Man weiß es nicht. Das ist vollkommen richtig, ja. Herr Stöckel, leider ist die Zeit schon fast aus. Was würden Sie denn gerne abschließend vielleicht auch noch der Familie ausrichten? Ja, also ich habe heute leider noch nicht die Zeit gehabt, allen zu kontrollieren. Aber ich will mich heute noch bei der Jacqueline melden. Ich will mich auch noch bei Mausi melden. Und ich will einfach allen Freunden, und wovon er ja auch Hunderttausende hatte, und auf den Fans und natürlich auch seinem Stall, Mausi, Hasi, Schnulli, Bulli, Puppi, Lulli und wie sie alle hießen, natürlich von Herzen kontrollieren. Aber ich möchte eins zum Abschluss noch sagen, wenn es geht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir heute nicht traurig sein sollen. Ich glaube, dass Richard Lukner nicht gewollt hätte, dass wir heute schwarze Fahnen überaufhängen, sondern wir sollen das Leben feiern, so wie er es gefeiert hat. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Deswegen würde ich sagen, ein Hoch auf Richard. Und nachher, wenn ich ein Glas Champagner trinke, werde ich auf ihn trinken. Lieber Richard, danke, dass es dich gab. Weil wenn es dich nicht gegeben hat, hätten wir dich erfinden müssen. Sehr schön. Und wir haben auch schon gesagt, wenn er von oben runterschaut, ihm würde dieser Tag sehr gefallen, oder? Alle reden von ihm. Das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss, oder? Genau. Genau so. Also von daher, alles Liebe nach Wien. Und dann, alles Liebe nach Wien.